Ein Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin das Video, euer Jesse und wie ihr es schon am Titel gesehen habt, das ist ein etwas anderes Video. 10 Arten von Spielern in Path of Exile 2. Ja, welcher ihr seid, verratet ihr mir, sobald ihr euch jetzt gleich gefunden habt in diesem Video. Weil eines musst du sagen, BOE 2 ist vieles, aber garantiert alles andere, als die Leute so erwartet haben. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Reactions ansieht oder, mein absolutes Highlight, das Reddit-Forum öffnet, da wird es richtig spannend. Aber bevor es losgeht, wechseln wir kurz. Worte, ihr seht schon im Hintergrund, danke Holi, dass ihr auch dieses Video wieder ermöglicht habt. Die Weihnachtstage haben auch bei Holi gestartet, Holi X-Mess, was für ein gutes Wortspiel. Vergesst mir nicht, es gibt ein paar neue Sorten, ein paar neue Shaker, das Ganze gibt es natürlich wieder in diversen Angebotspaketen, wie ihr es auch schon in der letzten Zeit öfter so hattet. Also das Allerwichtigste ist, wenn ihr dort nachbestellt oder bestellt, immer Jessie eingeben oder Jessie 5 für die, die neu unter euch sind. Und last but not least gibt es hier natürlich wieder ein paar diverse Goodies ab 60 Euro, 80 Euro, je nach Bestellwert. Die müsst ihr aber bitte im Warenkorb, wie hier markiert ist, hinzufügen. Und das gilt nur, solange der Vorrat reicht. Und wie wir wissen, sehen die Sachen relativ schnell aus. So, und da sind wir wieder da. Zehn Arten von Spielern. Let's go. Oh, erster Loot-Goblin. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Ja, das sind einfach die Spieler, egal was es ist, die wollen einfach looten. Weil wie wir wissen, ist Leveln und Looten natürlich das Allerbeste. Das heißt, die sind hier für die Items. Das könnte zum Start von Pass of Exile 200 in der Kampagne ein bisschen schwieriger werden, weil da brauchst du keinen Loot-Filter, weil es gibt relativ wenig Sachen, die man hier so looten kann. Dann kommen wir zu den zweiten Typen, das ist der Bärmer Grinder. Das ist auch so ein bisschen die Zielgruppe, auf die Pass of Exile, glaube ich, auch hinschiebt. Ja, da sind die 16 Stunden am Tag farmen, nur wenn ich noch arbeiten muss. Das sind die, die halt hier in dem Spiel auch in kürzester Zeit enorme Fortschritte erzielen, weil die sind einfach schmerzresistent. Oh, ich schaffe jetzt den Boss nicht, kein Problem, ich bin Grinder, ich gehe zwei Ebenen zurück, gönne mir hier vier Stunden, habe alles neu, habe alles in gelb oder alles in besser und ab geht's. Da ist um vier Uhr früh natürlich auch noch nicht Schluss. Dann kommt die Kategorie von Spielern, die aktuell in Pass of Exile mega enttäuscht sind. Das sind die Meta-Sklaven. Alle kennen sie, alle lieben sie. Ich bin auch oft einer davon, YouTube auf, Tierlist, Best Build. Ist mir egal, welche Klasse, welche Lore oder irgendwas. Ich bin hier, um Damage zu machen, weil Damage ist gleich Spaß. Da weißt du schon, was los ist. Ja, da habt ihr leider Pech, weil das Game so neu ist. Dann gibt es diese Kategorie noch nicht. Der nächste ist dann der Fashion-Sammler. Ja, ihr wisst alle, ich sage es auch immer wieder, Style ist gleich DPS. Da habt ihr in Pass of Exile zwei gute Karten, weil, ja, du kannst alle möglichen Cosmetics kaufen und dann kann deine Klasse sogar fliegen. So wie meiner hier im Hintergrund. Ihr kennt es ja, das ist übrigens nur im MTX. Die Leute in Pass of Exile können nicht wirklich fliegen. Dann der nächste, Skilltree. Ja, Lost im Skilltree. Das ist wahrscheinlich das, was 90 Prozent der Community trifft. Die kommen ins Spiel rein, denken sich, okay, cool, cool. Nette Grafik, sieht ganz gut aus. Drücken aus Versehen auf P. Skillpomb geht auf, sehen die 1538 Skillnodes und denken sich so, scheiße, wieso sind es nicht 1837 Skillnodes? Wäre natürlich ein Späßchen, sondern sind einfach mal komplett orientierungslos und denken sich so, wo soll es denn jetzt hingehen? Warum bin ich bloß hier? Wo bin ich hier? Warum mache ich so wenig Schaden? Und wieso habe ich hier bloß fünf Mana Skillpunkte mitgenommen? Ach ja, ich wollte da ja durch. Mega witzig. Dann, in jedem Spiel gibt er sie, die Nummer sechs, die Hardcore-Spieler. Ja, nach dem Motto, Hardcore ist alles, weil Softcore ist mir einfach viel zu soft und ich habe es gern, wenn es ein bisschen knallt. Ihr kennt das, ich mache das auch in Diablo. Hardcore zu spielen ist ein ganz anderes Spielerlebnis. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn du hier einfach für jeden Fehler bitter bezahlst. Und Hut ab vor jedem, der Pass of Excel 2 Hardcore spielt, weil mir ist der Softcore-Modus schon Hardcore genug, weil die Bosse hart sind, weil die Monster hart sind, weil das Bodyblocking hart sind, ist natürlich relativ, relativ krass. Nummer sieben ist dann der Casual. Ja, spielt ein paar Tage, sieht sich das Ganze mal in Ruhe an und überlegt sich dann hier vielleicht so nach dem Motto, was mache ich eigentlich im Skilltree? Muss ich alle Bonuspunkte holen? Nee, ich mache nicht jede Quest. Also hier bist du in dem Spiel besonders zum Anfang vielleicht ein bisschen orientierungslos, könnte ein bisschen dauern, bis man sich da reinfindet, wird gleich von der nächsten Kategorie abgelöst. Die gibt es überall und immer. Und jeder wäre es gerne, die Nummer 8, der Speedrunner. Warum kämpft man hier gegen Trashmobs? Warum bleibe ich da stehen? Warum soll ich auf diesen gigantischen Ebenen in jede einzelne Ecke schauen, wenn ich gehört habe, dass man die ersten drei Akten unter sechs Stunden spielen kann? Eine eigene Kategorie, ein eigener Schlag von Spielern sind die Speedrunner. Da stellt sich nie die Frage, wo gibt es was, sondern wie komme ich am schnellsten wohin? Das ist jetzt hier bei diesem prozentualen Aufbau natürlich. Diese Sachen, die Maps in Pass of Excel, die werden ja auch immer wieder neu generiert und das Ganze wird ja auch immer ein bisschen umgebaut und entsteht neu. Aber im Groben, wenn man mal reinkommt und man kennt die Maps ein bisschen, kann man sich orientieren, wo es ungefähr sein könnte. Und natürlich Movement Speed über alles. Was willst du für ein Speedrunner sein, wenn du maximal ein Movement Speed hast? Also gibt es in jeder Kategorie und wird, glaube ich, in Pass of Excel 2 nochmal enorm zunehmen, weil einfach Speed gleich Currency ist und Currency ist gleich besseres Gear und dann bist du natürlich gleich um einiges stärker. Dann jemand, der es etwas schwieriger hat, das ist dann die Nummer 9, das sind die Perfektionisten. Das sind die Leute mit, ich muss alles voll machen. Was soll das heißen? Die Map ist nicht vollständig aufgedeckt. Ich könnte doch ganz in den Norden laufen, weil da oben ist noch ein bisschen eine kleine graue Wolke und da könnte vielleicht eine goldene Kiste sein und in der ist vielleicht Lut drin. Also der Perfektionist, der, der alles machen muss, der hat es im Pass of Excel nicht ganz so einfach, weil auf so einer Ebene kannst du halt auch einfach mal drei Stunden rumlaufen, ohne genau zu wissen, was passiert oder dir sicher zu sein, um alles gefunden zu haben. Bin mir nicht ganz sicher. Also die Erkunde unter euch, die Indiana Jones im POE, ist heftig. Und dann der letzte, der letzte Spielertyp, ja, ich muss jetzt ChatGPD fragen, weil da habe ich überhaupt keine Ahnung, das sind die Story-Spieler, ja, die sogenannten Lore-Nerds. Die Leute, die jede Konversation verfolgen in dem Spiel, die sich jeder Katzin anschauen, die einfach wissen, warum wir jetzt Monster XY töten, warum wir im Dschungel sind, warum wir den und den Gegner töten müssen, was denn der verbrochen hat, was wir mit den dementsprechenden Items, was uns dieser Gegner jetzt dann auch gibt, einsetzen und, und, und. Also ist ein eigener Spieleschlag, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber auch ihr seid im POE 2 willkommen, auch für euch, obwohl es nicht ganz so schön erzählt ist, wie vielleicht in einem Diablo 4 mit drei Stunden Videocut-Scenes, habt die Möglichkeit hier eine nicht ganz unspannende Story, Klammer auf, wurde mir von jemandem erzählt, Beistrich Maurice, Punkt, Ausrufezeichen, Klammer zu. Wenn ihr hier mit den Leuten redet, sollte das auch nochmal hier sehr, sehr spannend werden, ja, ist der Wahnsinn. Und jetzt verratet ihr mir noch, welcher Typ seid ihr, also Fingercross für Metasklave oder Speedrunner, das sind die, die hier voran pushen und glaube auch meiner Meinung nach die größte Zielgruppe im Path of Exile. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch natürlich wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.